Die Top 4 Produkte präsentiert Real Blue NC Ich habe mir kürzlich die Sony kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer mit extra Bass zugelegt und bin absolut begeistert. Das Over-Ear Design sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort und der Sound ist einfach unglaublich. Die Akkulaufzeit von 30 Stunden ist außerdem super praktisch. Besonders toll finde ich die Möglichkeit, die Kopfhörer mit Alexa oder Google Assistant zu verbinden und die Freisprecheinrichtung zu nutzen. Das Design in schwarz ist zudem sehr eleganter und passt zu jedem Outfit. Alles in allem kann ich die Sony Kopfhörer definitiv weiterempfehlen für alle, die erstklassigen Sound und Komfort suchen. Ich habe die Soundcore bei Anker Live Q35 kabellose Kopfhörer getestet und bin beeindruckt von ihrer Leistung und Qualität. Die Multimodus-Geräuschunterdrückung ist sehr effektiv und isoliert mich von Umgebungsgeräuschen, was ideal für meine Arbeit im Homeoffice ist. Der LDAC HiRace Audio sorgt für eine hervorragende Klangqualität und die weichen Ohrpolster sind sehr bequem und passen gut auf meine Ohren. Der 40 Stunden Akku ermöglicht lange Musikwiedergabe ohne ständiges Aufladen. Ich empfehle diese Kopfhörer für alle, die nach hochwertigen kabellosen Kopfhörern suchen. Ich habe mir diese Rhythm NC25 Noise Cancelling Kopfhörer Bluetooth 5.0 gekauft und bin absolut begeistert von ihnen. Sie sind faltbar und kabellos, was sie sehr praktisch macht. Der Akku hält bis zu 50 Stunden, was für mich als Pendler perfekt ist. Der Mikrofon- und Sprachanrufmodus funktioniert einwandfrei und der Spielemodus mit geringer Latenz sorgt für ein tolles Spielerlebnis. Das Noise Cancelling ist auch sehr effektiv und die Soundqualität ist beeindruckend. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der nach einer großartigen Klangqualität und einer praktischen Funktionalität sucht. Ich bin begeistert von den Dockendipure NC Wireless Bluetooth Kopfhörern. Das aktive Noise Cancelling ist unglaublich effektiv und ich kann mich voll und ganz auf meine Musik konzentrieren. Der Akku hält wirklich lange, ich kann die Kopfhörer tagelang nutzen, ohne sie aufladen zu müssen. Der Klang ist wirklich hervorragend, dank Abt XHD. Auch die Bluetooth-Verbindung ist zuverlässig und hat eine geringe Latenz. Ich schätze auch die Möglichkeit, die Kopfhörer zusammenzuklappen und sie leicht zu transportieren. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen kann, der nach hochwertigen Noise Cancelling Kopfhörern sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.